hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown mit mir immer gleich gilde nummer eins ja wir hatten leider ja ja klar das eine hat man in der top 100 verloren und das letzte match da sind wir dann auch nochmal auf eine sehr starke gilde getroffen was aber dann leider auch noch verloren deswegen sind wir auf platz 319 leider runtergerutscht und jetzt haben wir hier eine gegnerische gilde das ist die wahre pracht wie heißen die das sind das ist dragon force 2 eigentlich brauche ich den kampf gar nicht zu machen es würde reichen wenn ich einfach nur skippe und genauso traurig wie dieser clown da reinblickt schaue ich rein und der gegner auch und jetzt geht mein tablet gerade nicht und es sagt weißt du was ich verweigere dir den dienst ich habe gerade keinen bock jetzt funktioniert endlich der bänder ich mache nur eine combo und dann kann ich denen auch schon weg gibt es leckt er sowieso so abartig und dann kommt hier ein stand ja ich will so ganz kurz was er als nächstes setzt da ist ja schon gar nicht mehr da das denn da machen wir hier mal was ist denn gerade los so roger und dann skippe ich das ding einfach weg gegen dark gothic weil ja da passiert sowieso nichts keine action am start haben wir vier inseln down fünfte insel auch schon ziemlich weit runter wie ihr seht hier 44 von 100 8584 zu 946 ja ist halt wie gesagt eine runde dafür etwas unglücklich gelaufen sonst wären wir nicht auf dragon force getroffen an equal von dragon force 2 kommt mit einer müßig müßig stewie ich setze jetzt hier die tina oder domestic bob okay hier ist mal einer der kann was oder der hat was sage ich mal an equal ob in der wand wann habe ich das letzte mal ein bob in der wand gesehen also das tut richtig weh wenn man sieht dass eine müßig ein müßig bob zu einem bob in der wand wird das ist ja da blutet mir das herz da blutet mir das herz so an equal mit was hat denn die kombiniert bob in der wand unglaublich schützt gar nicht so drauf geachtet na ja schauen wir mal so geil gegen i am luca und er kommt jetzt hier mit einem mobile oppression palace das ok habe ich ein roger 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 eigentlich gar nichts großartig gegen zu machen also dann wollen wir den peter jetzt noch eine lila und ja snot rocket noch hinterher und jetzt kommen jetzt gebe ich das ding weg da kommt jetzt nicht nichts spektakuläres mehr musik hat musik musik der kotzende wahl also war gates wie viele menschen immer noch immer noch 7 hm du wahl wahl 주는 wahl 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 Ich fange jetzt mal an mit der Stuffing Academy, dann gucke ich erst mal, ob ich jetzt den Bänder drauf setze, oder hier kommen wir mal in Cadet Hill, gleich aggressiv nach vorne ballern. So, und dann skippe ich das auch schon, da hinten kommt er noch mit einer lila, aber uninteressant, uninteressant, da passiert nichts mehr. So, while he gets, noch 5 Matches, ne 6 Matches, 7 minus 1 ist 6, herrgleich, so, I am Luka schon wieder, und I am Luka kommt mit einer Quad-Fused Alain Mobile. So, wenn er jetzt noch einen Quad-Fused Pieder hat, dann tut er weh. So, ähm, nein, es kommt eine Alamo Cool, juhu, Alamo Cool. Eine der schlechtesten Karten, die man überhaupt in diesem Spiel zum Einsatz bringen kann. Eine Alamo Cool. Da geht gerade das Handy von dem Herrn sofort, der es wieder nicht hört. Hallo. Was? Er kriegt überhaupt nichts mit. Was hast du gesagt? Da, dein Handy geht. Ach so. Brr. 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 so also weiter geht es ist nicht richtig betont peter gegen 6 9 3 3 ich fange jetzt an hier mit lina und dann komme ich mit einem roger roger und dann werde ich wahrscheinlich die marmelaide setzen da ist der betrunkene peter so und der ist jetzt nicht ganz so schön muss ich sagen den finde ich nicht wirklich prägernd aber was soll ich machen ich mache jetzt hier erst mal ein marmelaide mit 23 punch so und dann ist der betrunkene peter auch schon gleich wieder weg so zum glück schnell von der seite weggeballert bevor das ding mir auf der 1 fordere mich einfach nur ärgern würde so eine der fiesesten kombos im ganzen spiel der betrunkene peter was habe ich damit schon zerstört mein lieber scholli den auf der 1 sitzen dann kann er nicht viel machen gegner meistens weil es so viel gas dann wird runter gekrüppelt und so weiter und so fort der tut einfach nur weh so also maler russ 1 von dragon force 2 mit einer wail hunter amy und das ist eine waffengarte eine waffen pre combo in single fused und komisch mit hip hop in mythic und gleich ist dieses feld hier leer so das geht jetzt relativ schnell oh oh und snipers to weave in mythic aber하시는 dude im sorry im souch sorry man ihr snowflakes wie in history das war schon kaputt so war jetzt noch wie viele matches sind noch offen mal aus noch drei okay die schaffen wir crazy felipe c12 75 kommt mit einer katana ich bin mona da habe ich aus grönchen schon tropien was 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 wird denn das hier was wird denn das was 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 hast du hier vor was 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 nein so nein ich würde ich wird bekloppt schmerz gekloppt er hat mir einfach hier ich hab glaubt ich bin es wohl ihr was das hier alles hier von den balloon scheiße kann er nicht wahr sein ich bin einer der wenigen die nicht bei der 100 dabei sind warum habe ich die ein monat gesetzt scheiße was anderes machen sollen ist eigentlich gut hat aber in der situation was was keine gute idee so mal so und jetzt machen wir es genau anders darum jetzt komme ich mit dem dranken peter auf der 1 so und dann wissen wir auf der dranken insel so ok jetzt habe ich hier noch ein welcome mojitos und jetzt komme ich hier noch mit einer tina hier sind zwar ganz hier hinten hin der ist schnuckel und bad tachatina ist ja momentan noch als combo mastery am start so dass die nächste karte vorne schon wieder weg und malarus ist besiegt so ärgert mich jetzt dass ich dieses eine match verloren habe und erkennt ihr das eigentlich gibt es keinen grund sich zu ärger es ist schon ich werde jetzt heute nacht schlecht schlafen können denn ich krieg da ich werde da ich muss wieder beruhigungspille nehmen dann hier und das verkauft sonst nicht das match verloren ab gegen den das macht mich fertig macht mich wenn ich bin ein drack ich bin ein brach so da haben wir hier gegen frolics frolic sondern den bobby und der bobby ist noch nicht mal gefühlt und dann kommt noch ein welkom mojitos und ich liebe marmelade dann haben wir hier noch ein aktuanisches kung fu und ein sexy tanzkampf gegen frolics musik das ding haben wir gewonnen ziemlich war schon knapp sache gewesen hier schauen wir doch einfach mal jetzt hier rein was jetzt hier sage es hier mal was hier masse ist so und ja da haben wir noch fast die insel 5 noch down bekommen 36 sind nur noch drauf naja gucken wir mal also bei denen sieht das ganze wenig spektakulär aus 32 haben gekämpft und bei uns gucken wir mal jetzt das jetzt muss ich ehrlich ich heule gleich mir stehen die tränen quasi in den augenwinkeln ja die warten nur darauf noch ein bisschen mehr anzuschwillen und mit dann über die wangen herunter zu rinnen was wohl eigentlich damit haben also ulrike k 100 nati 100 sonja 100 der pate 100 franken sie 100 marlene 100 100 thomas cookie 100 bau und die 100 klar ist 100 pro 100 100 100 nero 100 apokalyptiker 100 ob das 100 grumeli 100 mimo 100 ab dem 100 100 a 100 tome kunder den jungen und strommi und kardley 100 michael 100 big big 100 dietronic robert brownie 100 spider gamer guy casey remington 100 chris j style dennis 100 das waren jetzt 37 37 37 37 mal 100 und dann sehe ich so beginne 91 den namen lese ich jetzt nicht vor bei der 91 91 ollie z 91 krankos 91 jaja ja ja 91 ricky spanish 91 junket 91 ses homaru 82 magen 82 und manuel k 73 damit haben 48 aktive und 37 mal 100 und ich bin nicht dabei ich hab's ja schon immer gesagt er gleich ist sehr sehr schwach in dem spiel das blöde also wenn euch das video gefallen wird was gibt's doch nicht 37 37 37 37